Die britische Königsfamilie wurde von einer weiteren dramatischen Wendung der Ereignisse erschüttert, da König Charles III. und Prinz William jede Möglichkeit einer Versöhnung mit Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, entschieden abgelehnt haben. In einem beispiellosen Schritt haben der König und der zukünftige König eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie das Paar als Verräter bezeichnen und sie dauerhaft aus dem königlichen Schoß verbannen. Die Spannungen zwischen den Brüdern und Schwiegereltern schwelten schon seit Jahren, doch diese jüngste Entwicklung deutet auf eine irreparable Kluft hin, die weitreichende Auswirkungen auf die Monarchie haben wird. Der Ausleser dieser Krise war die Veröffentlichung von Prinz Harrys mit Spannung erwarteten Mimwarenspare, die aufgrund ihrer brisanten Enthüllungen und scharfen Kritik an der königlichen Familie weltweit für Schlagzeilen sorgten. Das im Januar 2024 erschienene Buch wird als umfassender Bericht beschrieben, der das Innenleben des Hauses Windsor enthüllt. Quellen in der Nähe des Palastes berichteten, dass König Charles und Prinz William wütend waren, als sie den Inhalt des Buches lasen, was sie als Verrat höchsten Ranges betrachteten. Die in den Mimwaren enthaltenen Vorwürfe über Rassismus, Vernachlässigung und emotionalen Missbrauch innerhalb der königlichen Familie haben nicht nur einen BR-Albtraum verursacht, sondern auch das Pflicht- und Loyalitätsgefühl der Monarchie zutiefst verletzt. In der gemeinsamen Erklärung des Buckingham Palace nahmen König Charles und Prinz William kein Blatt vor den Mund, als sie die Taten von Harry und Meghan verurteilten. Sie brandmarkten das Paar als Verräter an der Krone und warfen ihnen vor, eine kalkulierte Kampagne zu führen, um genau die Institution zu untergraben, die sie einst zu waren geschworen hatten. In der Erklärung wurde außerdem angekündigt, dass alle Verbindungen zum Herzog und der Herzogin von Sussex mit sofortiger Wirkung gekappt würden und ihnen jegliche königliche Privilegien entzogen würden, einschließlich der Nutzung ihrer Titel als königlicher Hoheit, des Zugangs zu den Privatresidenzen der Familie und der finanziellen Unterstützung durch den Souverän Grendt. Ihre Taten haben eine Grenze überschritten, die nicht mehr aufgehoben werden kann, heißt es in der Erklärung. Sie haben das Vertrauen des Monarchen und des Volkes des Vereinigten Königreichs missbraucht und sind daher in der königlichen Familie oder an diesen Küsten nicht länger willkommen. Die Ankündigung hat im gesamten Commonwealth und darüber hinaus Schockwellen ausgelöst, und königliche Experten und Kommentatoren äußerten sich zu diesem beispiellosen Schritt. Dr. Veronika Fitzroy, eine königliche Historikerin, beschrieb es als wirklich bemerkenswerte und historische Entscheidung und betonte die übliche Widerstandsfähigkeit der königlichen Familie in Widrigkeiten, stellte jedoch fest, dass diese öffentliche Ablehnung und Verbannung beispiellos sei. Es zeigt die Tiefe der Kluft und die Ernsthaftigkeit, mit der der König und der Prinz von Wales die Verfehlungen von Harry und Meghan betrachten, sagte sie. Andere argumentierten, dass die Entscheidung notwendig sei, um die Integrität und den Ruf der Monarchie zu wahren. Der königliche Kommentator Alistair Campbell erklärte, die königliche Familie kann es sich nicht leisten, solch lautstarke und öffentliche Kritiker in ihren Reihen zu haben. Durch den Abbruch der Beziehungen zu Harry und Meghan senden der König und der Prinz von Wales eine klare Botschaft, dass Illoyalität und Verrat nicht toleriert werden. Allerdings stieß der Schritt auch auf Kritik von Anhängern des Herzogs und der Herzogin von Sussex, die den Royals vorwerfen, ihre Macht zu missbrauchen und die Wahrheit zum Schweigen zu bringen. Meghans enge Freundin Janina Gewacker nannte es einen beschämenden und feigen Akt der Vergeltung und versicherte, dass Harry und Meghan ehrlich zu ihren Erfahrungen gewesen seien und nicht dafür bestraft werden sollten, dass sie die Wahrheit gesagt hätten. Trotz der öffentlichen Reaktion scheint die königliche Familie in ihrer Entscheidung standhaft zu sein. Die Schlussbemerkungen von König Charles und Prinz William in der Erklärung ließen keinen Raum für eine Versöhnung, wir haben unsere Entscheidung getroffen, und sie ist endgültig. Harry und Meghan sind in der königlichen Familie nicht länger willkommen und wir wünschen ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen, aber unsere Wege können und werden sich nicht noch einmal kreuzen. Während die Welt so sieht, wie sich dieses neuste königliche Drama abspielt, scheint die Beziehung zwischen den einst unzertrennlichen Brüdern und ihren Ehepartnern vor einer dauerhaften Auflösung zu stehen. Diese explosive Spaltung hat das Haus Winzer für immer verändert, und die Folgen werden noch für kommende Generationen spürbar sein. von Lianzen